So ihr Lieben, nächster Trailer zum nächsten Film. Tja, ist ja eigentlich ersichtlich. Ich rezitiere wieder ein bisschen was aus dem Newsletter von gegenharz.de und wer es denn schauen möchte, kann es sich gerne anschauen bei VK Bitschut, die die bei Wagenews.tv anklicken. Schauen dann bitte, nachdem sie den Link in die Browserzeile kopiert haben, dass da keine Leerstelle drin ist, denn nur so funktionieren die Links. Okay, dann viel Vergnügen dabei. Tschüss.